So, der Daume, guck mal hier, schön, der Daume. Ja, gut, hier mal wieder, schnell, ganz kurz, ganz spontan, Burger-Test hier in Porto. Ja, ich bin grad ziemlich viel in Portugal. Ihr ist interessant. Da kommen wir gleich zu. Also, hier in Porto im, ich weiß nie, wo ich bin, im Holiday Inn. Gut, Holiday Inn, von mir aus auch das. Ja, es gibt wie immer Caesar Salad und Burger. Ihr werdet es glauben, das ist unfassbar, was der Mann an Salat isst. Ich ernähm mich gesund, ich weiß. Alles klar, fangen wir direkt an. Der Caesar Salad, so sieht er aus. Guck mal hier, mit Speckscheibe, aber labberische Speckscheibe und alter kalte Speckscheibe, die ist ja unfassbar kalt. Hähnchen, guck mal. Auch schon kalt. Also, kommen wir gleich zu. Und dann, oh, was ist denn das? Das ist ja mit Chips hier. Guck mal. Gar keine Pommes, was ist. Was haben wir da? Tübelchen. Ah gut, ich stell euch mal hier hin. Warte. So, können da auch was sehen. Gut. Dann legen wir mal los. Das ist ja verrückt hier. Das ist verrückt. Also, der Salat. Ähm, ja, also den Speck da. Kalt und knusprig. Bäh. Bäh. Ich kann den grad vergessen. Pormacanto-Berelle. Ist ja ekelhaft. Gut, was soll's. Ist ja auch. Komm. Gut, ähm, kommen wir mal weiter zum Salat. Als solches. Bisschen Dressing ist drauf. Es gibt hier aber, wie ihr sicherlich sehen könnt, eine profunde Auswahl an, äh, an Sachen, die da heißen, Erzählte Wittchen Extra. Oder auch die schöne Name Mayonnaise. Gut, das kann ja jeder. Was haben wir hier noch? Vinagre de Viejo. Ich hab, ich kenne nicht Portugiesisch, gell. Ist klar. Ähm, aber man kann sich dann auch ein bisschen was mit Senf, Ketchup, kann man sich noch ein bisschen Salat zusammen machen, wenn man Lust darauf hat. Hier ist allerdings, warte mal, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Ich glaub, das kommt wohl. Das können doch viele Salat sein, warte mal. Hm. Fällt mir gleich ein Stück Schublade aus dem Mund. Also ich glaube, das hier ist die Soße für den Salat. Cool. Dann schmeißen wir die doch mal drauf, ob die dann noch was rettet. Schauen wir mal, das heißt, ich muss den Salat jetzt also selber mischen. Das ist ja eine Riesensauerei hier, ehrlich. Die Salat wäre da übrigens klein und geschmeidig. Ja, also, ich hab ja mal im Kriegel gelernt, man schneidet Salat nicht mit dem Messer. Ob das immer noch aktuell ist, weiß ich nicht. Fakt ist, oh Gott, da ist ja noch mehr Speck. Ähm, ja, gut. Gut, also, ich bin hier am Mache und am Tun und am Drücke und am Mache und also... Gib mir doch eine Schüssel. Mann, Mann, Mann. Also, versuchen wir mal. Mit der Soße geht's, gell? Aber überragend? Überragend ist es nicht. Komm. Also, die Blätter labberig, der Speck, wollen wir gar nicht drüber reden, ähm, das Hähnchen auch schon relativ kalt, bisschen Käse, bisschen Croutons, die Soße... Fünf Punkte, aber das auch nur mit viel Wohlwollen, ehrlich. Das ist irgendwie alles nicht so richtig geil. Muss man einfach mal sagen. Macht mich nicht an. Ja, gibt mir nicht den Kick. So, die Chips. Rieche wie Pommes. Schmink wie Chips. Total lustig. Ähm, das ist witzig. Den kann ich aber keine Punkte ergeben, weil es keine Pommes sind. Das lasse ich einfach weg. Ah, das finde ich witzig. Der Burger. Ich bin nicht gefragt worden, wie ich ihn haben möchte. Ich teig nochmal in Großformat. So sieht der aus. Mit dem Zwiebeln da, aber tropf. Oh, da fällt mir schon was wieder runter. Da ist auch Soße schon drauf. Das Brötchen, ja. Ich probier's mal. Schauen wir mal. Der hat einen ganz komischen Eingeschmack. Im Fleisch ist so Grünzeug. So schmeckt man auch. Aber er fragt mich bitte nicht, was das ist. Ich hab keine Ahnung. Mal neutralisieren. Und dann gucken wir mal. Was der dritte und vierte Bissow sagt. Also. Meins ist es nicht. Das sag ich ganz ehrlich. Also. Da diese komische. Was ist das? Thymian oder was? Ich glaube es ist Thymian. Ist da im Fleisch drin? Das macht mir schon überhaupt nicht an. Ähm. Das Brötchen, Jo. Käse. Das sieht alles ein bisschen lieblos aus. Und alles schon auch mal wie so ein bisschen schon mal gegessen. Deswegen. Ähm. Kriegt der Burger von mir vier Punkte. Ich finde den nicht lecker. Ich finde den auch nicht ansprechend. Das ist irgendwie alles nicht so richtig geil. Das in Portugal. Die können ja eigentlich Fleisch. Ziemlich enttäuschend. Das sag ich euch gleich. Deswegen wird es auch kurzer heute. Also. Vier Punkte der Burger. Fünf Punkte Salat. Ehrlich. Wenn ihr mal hier seid. Geht lieber raus. Sucht euch ein schönes Restaurant. Esst da was. Da habt ihr mehr davon. Vor allem für den Preis. Ihr Lieben. Ich knall mir da jetzt noch Mayonnaise, Senf und irgendwas drauf. In der Hoffnung, dass es ein bisschen überdeckt. Weil Hunger habe ich ja auch. Scheiße. Echt. Gut. Also ich lasse es mir jetzt schmecken. Ihr dann vielleicht nicht. Wenn ihr hier seid. Glücklicherweise. Dank meines aufopferungsvollen Kampfes hier. Und dann wünsche ich euch. Viel Spaß. Bis zum nächsten. Euer Burger Tester. Ciao. Bis zum nächsten Mal.